Ich persönlich darf Ihnen aber sagen, dass es mich nicht nur einigermaßen fassungslos macht, sondern vollumfänglich fassungslos macht, wenn wir politisch Verantwortliche aus dem Deutschen Bundestag sehen und zur Kenntnis nehmen müssen, dass sie aktiv zu Widerständen aufrufen und gar keinen Hehl daraus machen, dass man eher auf der Seite von Kriminellen steht, anstatt auf der Seite von unseren Einsatzkräften. Hier gilt es ganz klar zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Wir können uns auf die Einsatzkräfte verlassen. Würde so eine Einsatzkraft handeln, wäre politisch ganz berechtigt die eine oder andere Frage offen. Das ist eine Verhaltensweise, die können wir nicht akzeptieren und die sollten wir auch nicht akzeptieren. Aber nochmal, weil es auch in diesem Kontext wichtig ist, unsere Polizisten in Deutschland handeln nach Recht und Gesetz. Und da dürfen sich die Menschen in Deutschland an 365 Tagen, 24 Stunden vollumfänglich verlassen.